Passe auf, passe auf, als du in ein Flugzeug steigst, ja, geht ja vielleicht wie mir sogleich, denn ich stehe im Flugzeug an, auf einmal flog ich von der Treppe dann und habe mir gedacht, ach ja, das Flugzeug bringt mir Unglück, ja. Dann ging ich nochmal rauf, ja, ja, auf die Treppe und bin vorsichtig, ja. Dann setz mich hin auf, ja, auf den Sitz, das ist mir klar, ja, fliegt mit dem ganzen Sitz um und dachte, na scheißen, dann haut es mich ja hin noch, ja, dann tut mir alles weh sogar. Dann ging ich lieber nach Hause, ja, ja, und das Flugzeug flog ohne mich sogar, durch die Gegend wirklich wahr, auf einmal stürzte es ab sogar. Dann dachte ich, hab ich Glück gehabt, doch ja, bin ich zu Hause geblieben, ja, 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 mit dem Flugzeug fliegen, ja, es kann gefährlich sein noch, ja, darum bleib zu Hause, ja, dann kann dir nichts passieren, ja.